Blödel-Nachmittag, Blödel-Sonntag, steppender Hund mit Brülle. Sonntag, Freizeit der Japan-Reisegruppe im Kaufhaus, um Blödel-Sachen auszuprobieren. So ist es, wenn man Kaka wird. Du musst hier ran, damit es wirkt. Ich seh's doch, hier hat er alles. Wegen der Kamera aber gar nicht, dass man's hört. Das hört er auch. Grund Nummer drei, alle Grunddinge sind drei. Achtung, und los geht's. Je nachdem, was man einem Enkelkind schenkt, wird er dann entweder zum Breakdancer, zum Hiphopper oder zum Ofensänger. Ja, und den Treiberverlettern. So eine wunderschöne Auswahl. Alle anderen, unser Sportfreund, der uns noch sehr interessiert hätte, tut es leider nicht. Gut ist leider nicht, da ist die Batterie alles. Nächste Abteilung, der Blödel-Nachmittag. Kaufhaus. Fujinomiya. Man relaxed im Kaufhaus. Man wackelt im Relaxstuhl. Es kommt Freude auf. Tja, Mama. Es ist relaxing. Für einen Preis. Für einen Preis. Ich gehe mal näher ran, wo sich's hier bewegt. Zeig mal was. Ja. Du musst es hier ein bisschen. Unten drückst du gerade die Füße zusammen. Und hier oben, Achtung, jetzt kommt die Welle. Und jetzt kommt hier die Welle. Ja. Ja. Ein Stuhl allen Bäuern.